Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Golf It. Heute zusammen mit Zombie, Maudado, Wintercracker und der Spalette. Bewertet im Part und wie immer viel Spaß. So Leute, was ist los? Wir putten. Wir putten den Mini-Putz. Oh, ich bin komplett durchgerattert. Geil. Ich habe noch nie einen Golf-It-Spiel. Ein bisschen schneller wäre es gewesen. Das wäre ja voll einfach gewesen. Ja. Och Mann. Und ich verkack einfach alles. Das ist ja auch weiß. Kopfhund, Kopfhund, Kopfhund. Nein. Ach Mann. Ich dachte, wir könnten zusammen reihen. Rui. Wer ist der? Wie, was? Ich glaube, geradeaus ist ein Prank, oder? Bin drin. Tschüss, mein Wilder Kacker. Ciao. Oh. Ich habe es schon wieder zu lasch gemacht. Ups. Na, Aua. Hallo? Kommt einer zu mir? Hallo? Ich will das oberste Loch probieren. Gewonnen. Keiner kommt zu mir? Ja. Nein. Das oberste hat mich direkt reingeworfen. Oh, okay. Aber ich bin dran vorbeigeflogen. Nein! Ah, das tut wieder weh. Das drückt. Also ist Manu gerade der letzte? Alter, was mache ich denn? Ich mache einfach zu lasch. Ich habe Angst, dem Ball weh zu tun. Ja, danke. So, und jetzt? Oh, hat das Glück. Ist das Glück, die heult? Nö. Schön, ein Millimeter daneben. Ja, man macht so diese Röhre, die ich perfekt reinführen soll und fliegt daneben. Der Ballupen zwei Schläge. Ja, danke. Hast du geübt? Ja, heimlich. Essel spiele ich jetzt professionell. Oh, das ging. LOL. Nein. Kann mich immer reinkicken. Alter, unglaublich. Ich hätte es fast geschafft. Aber das Spiel hasst mich. Keiner kickt mich. Okay, dann nicht. Bordi habe ich auch. Hallo. Haben wir alle einen Bordi? Nicht, habe ich einen. Lächerlich, Wintercracker. Lächerlich. Ich muss überwarten und die Technik bei den anderen dann klauen. Okay. Macht's haben wir ja auch immer. Ich sehe die Flagge. Ich klau. Oh, lol. Ach, Mann. Ach, das war wieder so knapp. Au. Oh, danke, Palette. Ja, bitte. Oh, danke. Ich dachte schon, ich hätte es wieder voll verkackt. Mega-Pranked. Hallo, Modado. Oh, ja, wollte ich auch machen. Was soll das tun? Komm, ey. Genau, das soll ich auch machen. Aber irgendwie war ich wieder zu schmach. Komm, komm, komm. Ja. Hui. Ja. Alter Palunen. Hi. What it? Einfach rein. What it? Nice. Wie viel steht's denn? Ich gewinne. Hey, Leute. Wie, auf 11-Gleichstand? Beim echten Minigolf gibt's immer irgendwie nur dieselben Bahnen überall. Das stimmt. Was macht man hier? Gegen die Ecke. Ach, na, rechts einmal rum. Dann. Ich mach das anders. Dann lege ich hier. Ja, eben. Da liegst du daunt. Das geht nicht. Hä? Oh Gott. Was ist denn da passiert? Oh, schade. Oh, meins ist jetzt ein bisschen... Oh, hallo, Spä... Guck mal her. Ah, ich bin hier. Ui. Hey. Was? Oi. Hattest du dich drüber? Ich hab nur gesehen, wie es nochmal ins Ball gespannt hat. Ey, Zombay. Hey, ich bin in einer Map. Ja, ja, aber dann bist du hier resettet. Das war... Ja, genau. Ich bin wieder hinten. Dank Zombay. Nein. Oh, ich hasse dich. Danke. Oh, Menno. Ich hab mir einen Schlag mehr gebaut. Oh, ich hab einen Schlag mehr gebaut. 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 Ja, ja, aber das ist eh egal. Irgendwann kommt eine Map, die einen komplett raushaut. Nee, das stimmt. Das glaub ich nicht. Hä? Oh Gott, was ist denn da passiert? Hä? Hallo. Hallo. Wie bin ich? Wie bin ich? Oh, schade. Ja. Oh. Voll geschlagen. Wolltest du aber unbedingt drin haben? Boah, Mann, was hat das? Boah, Mann, was hat das? Boah, Mann, was hat das? Hinter uns ist die Flagge. Hinter uns? Kann ich da... Nee, 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 ist falsch. Du meinst da links. Guck mal, so ist es richtig. Zeit für Looping. Hallo, du hast ein Missile in deinem Kopf. Hey, du gleich auf. Wintercracker! Nein, als ob. Oh Gott, was ist das? Hä? Hallo, Leute? Ja. Palette hat mich voll weggepunscht. Ich hab kein nix gemacht. Doch. Hi. Das war ein Angriff. Macht Maudado. Maudado da ganz hinten? Ja, der Wintercracker hat mich einmal aus dem Leben gebounced. Ihr spielt gar nicht den Looping? Nö. Lol. Ich spiel's safe. Ich will gewinnen. Stopp. Oh nein, ich bin letzter. Ja! Nein! Ja, 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 ja. Schöner Cracker hat's Gerrweg gewinnen. Warum ist da Paluten im Weg? Och, Mann. Wieder nur ein Paar. Maudado einfach richtig reinmüllern. Ja. Alter! Alter, Wintercracker will echt gewinnen. Ja. Er will doch gewinnen. Alter! Ja, du bist gerade echt crazy drauf. Oh nein. Hallo, Tommy. Ach, scheiße, was hab ich denn da gemacht? Ja, genau. Ich hab einen Minischlag gemacht. Hallo, Leute. Kann mir einer berühren? Ja, mach ich. Und? Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Ich hab dich berührt. Und jetzt? Ich geh nicht zu mir jetzt. Was machen wir jetzt? Jetzt warte ich, bis du dich bewegst. Okay. Ach, da ist das! Nee, ist es nicht, hä? Was ist das? Was ist das, Juni? Ach, schade. Ist das jetzt für ein Rohr? Nein! Komm schon, komm schon. Nein! Was ist jetzt da hinten? Nein, ich hab's mega verkacken. Ach so! Hallo? Ne, mach Palette. Mach. Schaffst das. Nein, schaff ich nicht. Ah, ich auch nicht. Boah, das tut weh. Hallo, Greco. Hallo. Nein, bitte schubf mich rein, schnell, Leute! Schubst Modano! Da kommt noch Modano. Modano, los! Oh. Nein, 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 nein. Ey Palette! NB! Danke, Menil! Kein Problem, die hab ich doch gerne. Hilfst du mir jetzt? Ja, mach ich. Modano. Hä? Oh Mann. So hilft man nicht. Der Kackaufen von Manu gefällt mir auch. Danke. Wie sich die Ornen auch wieder umdrehen. Richtig geil. Ne, ich geh doch nicht rein. Gluten ist einfach der Golfmaster. Wir haben alle einfach 7 gebraucht. Ne, ich hab 8 gebraucht 9. Ja, aber ich hab ihm auch geholfen, also sorry. Oder 10. Ein paar Gluten steht 6. Ne. Ah ne, unten rechts stehen die von Modano gerade. Alter. Wie kann ich maximal die Time wasten? Ich hab 10 gebraucht. Ach Mann. Ne, so richtig aus dem Leben rausgekickt. Oh. 2 Jungs. 3. 3. Ah. Oh. Schreien hat geholfen. Schreien ist immer gut. Nein. Hallo. Habs Rennen gewonnen. Erster. So geht das nicht. Weiter. Hui. Oh. 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 Na ja. Letzter. Ja. Bist du gar nicht. Nein. Ich bin das allerletzte. Nein. Ich bin das allerletzte. Haben wir nur noch einen Punkt. Ne. Ich hol auf Modano. Ja eben. Der gewinnt. Muss gerade rüberschießen und nach rechts fliegen im besten Fall. Ja. Ups. Ich bin im Wasser. Oh. Danke fürs beschützen. Ne. Ich will nicht. Au. Ah. Ist das knapp. Kick Manu runter. Kick Manu. Kick Manu. Tust nicht. Oh Gott. Seid ihr feinselig. Alter. Wäre ultra lustig gewesen. Tag. Hallo. Das wäre ein funny moment geworden. Ja. Ja. Dann check ich ihm nichts mehr zum Geburtstag. Och man. Er braucht das neue WoW. Er dann. Ja. Ach man. Ich bekomme auch nie was von dem. Ich werde doch gut gestammelt. Der Clown hat mich die Rampe zurückgekickt mit seinen Zähnen. Ich bin einfach total durchgeglitscht. Hahaha. Okay. Der hatte das Mull unten und ich bin einfach durchgefahren. Und ist Cracker schon drin? Ja. Ich bin schon lange drin. Schon lange. Gewinne. Oh ne doch nicht. Hahaha. Hallo. Mal gucken wo was richtig ist. Oh nein. Ups. Ach scheiße. Ja. Komm. Komm. Das ist ja viel schöner. Nein Peter Cracker. Ja und und und. Loih. Was. Nein Peter Cracker! Ich hasse dich. Wie, was. Der Э presumably ist auch nicht. Ich habe dich irgendwie zweimal gerammt und du hast mich kein Stück bewegt. Was macht Zombie da? Ich habe mich schon viermal aus der Map geschossen. Aber warum. Jetzt sch athlete ich einfach zu schwach. Da kann ich nicht auch keine Ahnung wenn ich immer zu steak schicke und dann über das Loch springe. tanzt du dadurch das schon wieder so eine röhre genau aufs ziel wie hole ich nie auf ich will auch gerne spielen es geht nicht oder alter ich sehe es online hallo ich komme wieder keine frage ja kipp mich aber richtig weg zerstör mich mal ich wollte gerade jetzt habe ich Palette weggekickt alter Mist habe ich dich berührt ja klar ja wenn du dann nicht aus dem weg was war das denn da war ich bin viel zu weit geflogen er verliert du hast fast mein Leben gerettet nein ist das traurig da war die alte Position besser ja hey du du bist der beste oh man danke dafür das war echt schön ich gehe mal zurück wie zommer mein Leben zerstörte der Tag an dem zommer mein Leben zerstört ja kein wunder ich habe zommer überholt das war nicht schwer nach der Aktion nicht mehr zu nehmen wie ok ist nicht so gut oh 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 alter Zombe ey jetzt schuldest mich schon drei hole in ones hätte ich doch nach oben geschossen komm Arno hei hehehehehe hehehehehe ok Pedizel jetzt nicht verkacken bitte verkack ja das sehe ich auszukommen hä? was? hallo? komm bleib stehen au ich bin aus der Map gefallen ich liege in so einer kleinen Lücke drin ja 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 nein 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 oh man bitte ach man das tut doch einfach nur weh das tut echt Palette komm rein ok ich komm rein oooooooooh ok ok 51 ja gut das ist jetzt die finale Map oder wie? was? nein ist es? alle gemobbt hüpf 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 zombe ich hilf dir schnell rein oh danke du kannst es dir machen hat doch gar nicht ich schneid es raus hehehe wo bin ich jetzt? im ziel ne aber habe ich gewonnen Winterkrick hat gewonnen? Winterkrick hat gewonnen Alter graz wie habe ich gewonnen? neuest keine Ahnung vor allem wie ich jetzt echt letzter bin hahaha okay dann bewerte den Part schaut in die Videobeschreibung da sind alle verlinkt bis zum nächsten Mal tschüss bis dann